Ladies and gentlemen, put your hands together. William Winker! Ich stehe heute vor euch und ich bin ein neuer Mensch. Namaste. Und ich habe etwas gemacht, was ich noch nie in meinem Leben vorher gemacht habe. Ich habe nachgedacht. Ich gebe immer 150 Prozent. Und darum geht es. Es geht nicht ums Nehmen. Es geht ums Geben. Die Zukunft gehört den Giveren. Und ich habe nachgedacht. Giver is männlich. Es gibt auch Giverin. Wir brauchen in der GSA auch die weibliche Seite. Und dann habe ich nachgedacht. William, 50 Prozent männlich, 50 Prozent weiblich. Aber du gibst ja immer 150 Prozent. Wir nehmen alle mit dazu in die GSA. Wenn du hart arbeitest und dein Wissen gibst for nothing in der GSA, dann nennt ihr das Ehrenamt. In America, dann nennen wir das Idiot. Es sind so viele Giver in der GSA. Das ist awesome. Sie sind Giver. Müsst ihr einmal einen riesen Applaus geben? Sie sind Giver und Giverin in der GSA. Katja S. Daniel F. und Thomas G. Matthias M. Frank A. fragt die Regie. Sonja G. Laura K. und Karl ein Vieh. Dank Rainer P. und P. gehen wir steil wie nie. GSA mit freundlichen Bösen. Die Welt nicht uns zu küssen. Denn wir stehen drauf. Wir gehen drauf. Wir nehmen voller Schallung drauf. Bevor wir treiben, treiben wir lieber raus. Das war's mir. Wir in der GSA. Danke an alle Kollegen und Kolleginnen im Team. Wir an den Abend arbeiten. Wenn ihr ein Foto wollt, wir sind draußen. Ciao, euer William.